In Friedrichshafen ist das Demo gegen Sonntagsfahrverbot von Motorrädern. Hi Simon! Ich bin jetzt ganz am Schluss von diesem Kurs. Es waren wahrscheinlich mehrere tausend Motorräder, die wir jetzt zeigen haben. Und es war echt auch interessant zu sehen, wie sich die Bevölkerung verhalten. Wir wohlwollend sind mit dieser Situation umgegangen. Wir waren ja wirklich ein Verkehrshindernis. Immer wieder hat man gesehen, dass Leute mit dem Pießzeugen winken und es geht wirklich um die Wurst. Tont euren Arsch nachher, lernt euch das nicht gefallen, dass sie unseren Sonntags Motorradfahrer verbieten wollen und verhaltet euch entsprechend. Wirklich, es geht um die Wurst.